Dass er mit wenigen Sätzen bestimmte Dinge klarstellen konnte und aufgrund seiner Leistungen im Leben und aufgrund seines Alters und seiner Autorität traute sich auch keiner, ihm richtig zu widersprechen. Und er hat das nie missbraucht, aber da, wo es notwendig war, auch genutzt. Für ihn ist es eben lebenskennzeichnend gewesen, denn er musste ja schon als Jude Deutschland verlassen, 1933, weil er sonst schon ins Gefängnis gekommen wäre, wegen kritischer Aufsätze, die er geschrieben hat. Dann muss man erst mal das Leben eines Immigranten führen, der ja nicht bekannt ist, den niemand kennt. Und sein erstes Buch, als er das veröffentlichte, davon hing sein ganzes Schicksal ab. Und die Buchkritiken in der New York Times und in anderen Zeitungen waren für ihn ausgezeichnet. Das hat ihn in jeder Hinsicht beflügelt. Dann war er ja Mitglied der US-Streitkräfte, das darf man auch nicht vergessen, und hat also den Krieg erlebt, und zwar auch unmittelbar erlebt. Und dann ist er selbstverständlich in die DDR gegangen, weil er mit der DDR mehr übereinstimmte als mit der Bundesrepublik Deutschland. Und dann wurde er zu einem starken Kritiker der Zustände in der DDR, was ihm nun wiederum die SED-Führung besonders übel nahm. Er hat sich immer eingemischt. Und dann, als die Einheit kam, hat er wieder festgestellt, dass der Osten mit seinen Erfahrungen, mit seiner Kultur, mit seiner Denkweise nicht die geringste Rolle spielt, oder eine viel zu geringe Rolle spielt, in der Bundesrepublik Deutschland. Und dann hat er sich wieder eingemischt. In der Residenz des britischen Botschafters in der DDR, und zwar war das kurz nach dem Sputnik-Verbot. Das war eine Zeitschrift aus der Sowjetunion, die ins Deutsch übersetzt wurde und die verboten wurde, weil die sich irgendwie kritisch, glaube ich, zu Ernst Thiemann geäußert haben. Ich habe keine Ahnung mehr, woran das eigentlich lag. Und da machte er Folgendes. Das ist auch typisch Stefanheim. Residenz waren so 25 Leute. Oder 30, keine Ahnung. Und dann fragte er laut, ich habe mal eine Frage an Gregor Gysi. Was sagen Sie denn zum Sputnik-Verbot? Und das war interessant. Ich dachte mir, dass dort mitgehört wird. Also musste ich ja etwas sagen, womit ich noch leben konnte. Auf jeden Fall, sagte ich dann. Und der Einzelne, der richtig gelacht hat, war er. Ich sagte, ja, das kommt davon, wenn man einen Postminister von der CDU hat. Weil der Postminister der DDR, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, war Mitglied der CDU. Der hatte natürlich mit der Entscheidung gar nichts zu tun. Das wusste Stefanheim, das wusste auch ich. Aber er war so amüsiert über meinen Satz, dass er gesagt hat, der ist doch um irgendeine Ausrede nicht verlegen. Das muss ihm doch imponiert haben. Das war unsere erste Begegnung. Dann haben wir uns öfter getroffen. Dann ging es zum Beispiel um die Komitees für Gerechtigkeit. Da habe ich auch mit ihm gesprochen, für den Osten. Und dann habe ich ein Jahr lang mit ihm gesprochen, ob er nicht für meine Partei, die PDS, kandidieren will. Natürlich als Partei-Loser. Erstens, weil er dann Alterspräsident des Bundestages wurde. Und zweitens, weil wir ja unbedingt Direktkandidatinnen und Direktkandidaten benötigten, die nach dem damaligen Wahlrecht sicherten, dass wir zumindest drei Direktmandate erreichen, vielleicht mehr. Und das ist uns auch gerade mit Stefanheim gelungen, der dann den Wahlkreis der Mitte Prenzlauberg gewonnen hat. Und er wurde tatsächlich Alterspräsident. Ja, der Bundesinnenminister Kanter, der stellte ein Dokument vor, wo er doch irgendwas mit der Staatssicherheit zu tun gehabt haben muss. Einen Tag später stellt sich heraus nichts dran. Gar nichts dran. Das war so, dass er einen Brief aus West-Berlin bekommen hat, den er für eine Provokation hielt und das an die Polizei weitergeleitet hat. Und da kam jemand zu ihm und befragte ihn, angeblich von der Polizei, in Wirklichkeit war er von der Staatssicherheit, aber das wusste er gar nicht. Und das war alles. Es gab gar nichts. Deshalb haben die Medien ihn auch völlig in Frieden gelassen. Aber der Kanter, der später wegen Untreue zu einer Freiheitsstrafe auf Verwirrung verurteilt wurde, darf man doch mal daran erinnern, im Unterschied zu Stefanheim, der Kanter meinte eben, er kann ihn jetzt bloßstellen. Und daraufhin rief Frau Prof. Dr. Süßmuth mich an und fragte, ob er nicht bereit sei, auf den Job als Alterspräsident zu verzichten. Und da sage ich, das kann ja nicht ich entscheiden, das kann nur er entscheiden. Dann gab ich ihm den Hörer und dann sagte er, auf keinen Fall. Und dann fragte er sie, ob er sie umarmen darf, falls sie wieder zur Bundestagspräsidentin gewählt wurde, was ihr wahrscheinlich auch unangenehm war. Und insofern konnte sie sich nicht durchsetzen. Und dann bestand die Strafe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion darin, dass sie erstmalig und einmalig, als der Alterspräsident den Saal betrat, um den Bundestag zu öffnen, nicht aufstand, sondern sitzen blieb. Das hat er ganz gut mal gekontert in einer Sendung und sagt, ich kenne die Union mit ihren Zementärschen, das hat mir wieder gefallen. Trotzdem hatte ich ein schlechtes Gewissen. Denn ich habe mir übersät, diesen alten Mann habe ich davon überzeugt zu kandidieren. Und dass ihn so eine Feindschaft erreicht, dass die so weit gehen, das hatte ich eigentlich bei ihm für ausgeschlossen gehalten. Und das hat mich belastet, das gebe ich zu. Und dann hat sich Dieter Hildebrandt in einer Kabarett-Sendung im Fernsehen stark für ihn eingesetzt. Und hat gesagt, gut, dass der Gysi ihn für die PDS missbraucht, ist das eine. Aber was hat er alles geschrieben und wie der behandelt worden ist. Und das hat auch in Ostdeutschland gegen die Union einen kleinen Ruck gegeben. Weil das wollten sie nicht, dass Stefan Haim so behandelt wird. Und das haben die wieder nicht erfasst, weil sie ja nicht so denken und fühlen können wie die Menschen im Osten. Also der Zustand der Gesellschaft würde ihn wahrscheinlich beunruhigen, weil wir zu viele Krisen auf einmal haben. Also wir haben den Krieg von Russland gegen die Ukraine. Wir haben die Pandemie immer noch. Wir haben eine Energiekrise, wir haben eine Inflation und wir haben einen Klimawandel. All das beschäftigt viele Menschen, bringt sie auch durcheinander, trennt auch viele in der Gesellschaft, führt zu Spaltung. Das alles würde ihm Sorge bereiten, da bin ich ganz sicher. Den Zustand der Linken würde er äußerst kritisch sehen und wahrscheinlich mit einigen Hinweisen und sagen, wie wir es richtig machen sollen. Fehlt.